Ja, 13 Raketen. Bereits zum Weiterfliegen? Ja. Kathi, brauch noch kurz. Nein. Aber Corwin, das ist ein Feuerzeug. Dann schnapp dir doch einfach eine Frau. Ist doch besser, oder nicht? Ja, was soll ich denn mit der Frau machen? Feuer. Ach so, wenn du genug Greifung hinbekommst? Keine DPR, eine Sniper. Pip feiert. Oder ob man es geht. Meinst du DMR, oder? Hab ich gesagt. Du hast DPR gesagt. Nee, hab ich nicht. Doch. Nie im Leben. Nein. Keine DPR. Keine DPR. Nein. Nein. Schöne klein machen. Schöne klein machen. Schlagen. Schlagen. Jetzt. Schleimachen. Schlagen. Schlagen. Scheiß. Schöneos. Oh mein Gott. TONB. 1245 FPS. No. Zeiton. Sp大的. und bei mir und nein tue ich nicht eben selbst hat ein update ist schon runtergeladen danke aber ich bin nicht ich spamm erst mal steuerung wenn ich anfange hier zu defusion double headshot cool wenigstens nicht behind of drop doch ist okay leg mich am arsch ich krieg drauf neu laden okay ladezeichen immer noch ladezeichen immer noch ladezeichen es dreht sich und es dreht sich immer noch dann hörst du es dreht sich oben ist eine leiste aufgetaucht cool da ist auch rechts oben noch ein kreis mit wo eigentlich mein profilbild sein sollte aber es ist auch grau das ist so ein frecher turnshot das ist ein kreis ja oh come on Ist es? Ist es? Vielleicht wir rotieren? Ja, ja, rotieren, rotieren. Probierlich B oder C. Ja, Spike! Ja! Jaaa! Jogi! So, ich bin high. WTF? Danke, ich brauch Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!